Und natürlich wird es noch einiges zu analysieren geben. Was ist für dich, Klaus, nach dieser ganzen durchgemachten Nacht jetzt das wichtigste Fazit? Diese Nacht, glaube ich, markiert den Sieg der ständig wiederholten Lüge und der wirren Versprechungen, wenn man die Reden von Trump in den letzten Wochen sich ab und zu mal in voller Länge angetan hat, kann man das merken, ein Sieg solcher Auswüchse über Vernunft und Tradition. Und wir werden mit diesen Konsequenzen dann zu kämpfen haben. Diese Feier heute Abend ist, glaube ich, nicht eine Feier für Europa oder für Deutschland.